Hallo Leute, was geht? Ich bin's, Paul von GAPSYGAMING, oder ich bin GAPSYGAMING, wie jemand es auch will. Willkommen zu einem neuen, coolen, wirklich coolen Display. Auch wenn das hier ein bisschen komisch aussieht, willkommen bei Let's Play Snuggle Truck. Heute will ich noch nicht ganz so viel spielen, heute will ich euch mal ein bisschen mehr erklären, was das hier überhaupt ist. Und ja, fangen wir mal an. Also, kurz zu erklären, das wird ein sehr langes Let's Play werden, weil ich will hier wirklich einige spielen. Wenn ich für erstmal alle diese Level spielen, die Standard-Level, das sind schon mal hier, die DLC-Level alleine sind schon eine Menge. Dann die Easy-Level, dann gibt's noch die Medium-Levels, dann gibt es noch die Hard-Levels und dann gibt's noch die Extreme-Levels, die wir alle spielen können und sie endt. Also, da wird dann auch nochmal was kommen. Dann könnten wir unser eigenes Level erstellen, kein Interesse, da war ich noch nicht gut und bin noch nicht gut drin. Und dann gibt's noch von anderen Leuten, die das halt hochladen. Zum Beispiel können wir dann auch mal die ganzen Level spielen und, puh, also da können wir einige spielen. Und jetzt erstmal fragt ihr euch bestimmt, was ist das denn überhaupt? Ja, ich sag euch mal ganz kurz das Tutorial, wie das so in... ganz, ganz einfach aussieht. Wir sind hier dieses Pony... What the fuck? Ich wollte das nicht, ich wollte hier... Das hier haben. So, das ist off, das ist on. So, jetzt gibt's verschiedene Fahrzeuge hier, damit's auch cool aussieht. So, ja, also... Hä? Warum spielen wir denn diese Schwule? Okay, alles auf einmal hier, krieg ich nachrichten ohne Ende. Ne, ich bin halt beliebter Typ, wa? Ähm, nein, nein. So, nochmal. Ja, die haben wir alle. Fui, 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 fui. Ich will mal ein anderes Auto haben, bitte. Ja, das Spiel ist ein bisschen verbackt, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, beim nächsten Mal könnte es sein, dass wir halt spielen. Dann müssen wir erstmal mit denen klarkommen. Ja, mit diesem zu süßen Auto hier eigentlich sieht es anders aus. Naja, das ist von diesem DLC, also... Ja, also wir haben, sind hier dieses Auto, Milchsteuer mit Leertaste. Und wir müssen halt ins Ziel kommen, ohne diese Pandas zu verlieren, weil wenn wir alle Pandas hier verlieren, also uns so groß, dann sind halt alle raus und wir haben verkackt. Das müssen wir in einer gewissen Zeit schaffen. Und auf diesem Weg sind sehr viele Hindernisse, zum Beispiel auch TNT bekannterweise. Und ja, auf jeden Fall hier auch Hügel, ganz böse. Und wir müssen halt immer dieses Gleichgewicht behalten. Und hui, huiu. Da kommen die nächsten, da kommen ab und zu mal so noch raus. Wie können wir in Zeltlupe? Mich, ja, oh. Wir haben einen verloren, egal. Komm, nein, oh okay. Na gut, Tutorial. Und dann gibt es hier noch so eine Bonusdinger, dann aktiviere mit Leertaste. und wir kriegen ein schlussschild ein bisschen schneller und wir haben es geschafft normalerweise haben wir auch ein anderes auto und wir haben eine augenschrift freigeschaltet gibt 13 stück davon und ja also ich will halt was würde ich in den netzplay erreichen ich möchte alle level hier spielen medium bis extreme und dennoch seand weiter machen und zwischendurch möchte ich auch noch die von den spielern selbst erstellten level spielen die so ein bisschen an happy wheels erinnern aber egal mit tnt halt ja das ist meine mission hier diesen let's play das heißt da wird sehr viel kommen ich finde es richtig witzig das spiel also die erzähle habe ich mich nicht gespielt die habe ich manchmal gemacht hier wo man sieht man hat man kann immer fünf errungenschaften freischalten zum beispiel 1 unter 30 sekunden 530 sekunden 6 7 unter 30 sekunden oder sichere alle egal wie lange du brauchst oder sichere ein unter 20 sekunden also da sind wirklich hier verschiedene aufgaben und ja also das ist mein missions hier in diesem netzplay wir machen jetzt trotzdem mal beginnen bei den ersten level oder wir machen mal einen dlc level die habe ich noch nicht gespielt und mal gucken wie die so halt sind und ich versuche hier mal ein anderes auto rein zu kriegen weil das ist wirklich ziemlich peinlich dann müssen wir mal aufpassen hier oder wir dürfen keinen krow verlieren also die pandas nenne ich jetzt einfach mal krow weil das einfach zu ehrlich ist und das heißt wir können noch ein paar errungenschaften bekommen tnt nein scheiß tnt auf fucking shit okay we start ja ob das spiel mich später zum ausraste bringen könnte habe ich keine ahnung wer ich bin ich bin gespannt drauf und wir müssen halt haben wir immer zeitdruck hier das heißt wir müssen alles in nein nein wir haben zwei verloren vielleicht kriegen wir noch durch diesen fischi dings dahin nachher ist das scheiße den kriegen wir sicherlich nicht fünf ich will engst einmal ins ziel kommen naja auf jeden fall ich habe das spiel erst seit einer stunde gespielt das heißt ich habe hier noch nicht großartig es hat 2,50 gekostet nein ich habe schon wieder das tnt vergessen ah shit shit die dlc-level sind wirklich schwer naja eigentlich kostet es 5 euro bei steam es heißt nuggletrugel und ihr werdet das sehr oft jetzt auf dem kanal sehen und glaubt mir ihr werdet spaß haben und ich werde spaß haben und what the fuck ist das verpackt falls einer von euch mal irgendwie das spiel auch haben sollte oder so oder ein teueres haben sollte zu kaufen dann kauft es euch wenn ihr dann noch ein level macht dann könnte ich das auch sicherlich spielen und wir werden es so machen da ist es um ich werde mal parts hochladen und wir haben schon wieder alle pandas verladen das ist ja scheiße ich glaube das level ist ein bisschen zu hart für unseren anfang ich habe noch nicht so ganz den dreh raus ich will wenigstens mal ins ziel kommen naja auf jeden fall oben zu werden wir halt diese die level spielen dann werden wir mal die dlc spielen und dann werden wir mal ah das ist nein nicht das tnt oh gott oh gott oh gott pack ach scheiße noch mal restart ja also das ist mein mission ziel und in dieser versuche jetzt also mal so mal so wie wir auf jeden fall wenn wir immer irgendwas zocken manchmal schwerer manchmal leichter in der mission halt und dann ist youtube nein nein wenn eine gefangen so ist machen wir das mal ein bisschen hier so wie ich da versteht das wäre hier machen wir das mal ganz runter geh runter ja nein 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 komm wieder rein nein da war letztlich egal also so sieht es eigentlich aus aber die anderen sind sowieso ein bisschen leichter also freut euch auf das letzte ich freue mich drauf und alle rasten aus und ich bin weg ciao